Schmierstoffe werden zur Schmierung eingesetzt und dienen zur Verringerung von Reibung und Verschleiß sowie zur Kraftübertragung, Kühlung, Schwingungsdämpfung, Dichtwirkung und dem Korrosionsschutz. Allgemeines Prinzipiell bestehen alle Schmierstoffe aus einer Basisflüssigkeit sowie aus weiteren Inhaltsstoffen, welche man Additive nennt. Schmierstoffe unterliegen verschiedenen Einflüssen, mechanische Einflüsse, thermische Einflüsse, chemische Wechselwirkungen mit anderen Stoffen und der Umgebung. Schmierstoffalterung Einteilung Die folgende Einteilung unterscheidet nach dem Aggregatzustand des Schmierstoffes. Flüssige Schmierstoffe Schmierfette Festschmierstoffe Gasförmige Schmierstoffe Kennwerte Wichtige physikalische Kennwerte von Schmierstoffen sind 2. A. Dichte Viskosität Anilinpunkt Tropfpunkt Stockpunkt Parpoint Flammpunkt Brennpunkt Entzündungspunkt Neutralisationsvermögen Anwendungsbeispiele Sehr bekannt ist das Motoröl. Es verringert die Reibung in Hubkolbenmotoren, sorgt gleichzeitig für eine bessere Abdichtung zwischen Kolben und Zylinder und übernimmt oft umfangreiche Kühlaufgaben. Einige Fahrzeuge sind deshalb mit zusätzlichen Ölkühlern ausgerüstet. Eine hygienisch-einwandfreie industrielle Verarbeitung von Lebensmitteln bedingt für alle Lebensmittel berührenden Teile von Maschinen eine Schmierung mit physiologisch verträglichen Schmierstoffen, b. Natürlichen Fetten und Ölen mit einer Zulassung der US-amerikanischen Food and Drug Administration bzw. des Department of Agriculture. Diese Forderung ist in den Regelwerken International Food Standard und des British Retail Consortiums enthalten. Eine weitere industrielle Anwendung von Schmierstoffen ist die Verwendung als Umformschmierstoff in verschiedenen Ausführungen. Hier gibt es Emulsionen, die vorwiegend in der Zerspannung als Kühlschmierstoff eingesetzt werden. Hier wird ein Schmierstoffkonzentrat in einer 3% zu 10% Emulsion mit Wasser erzeugt und dieses über Umwälzpumpen dem Zerspannungsprozess immer wieder zugeführt. Ein weiterer Einsatzbereich ist die Blechumformtechnik. Hier werden Umformschmierstoffe in verschiedenen Formen als Mineralöl-basierte Umformöle mit verschiedenen Additivierungen eingesetzt. Weiterhin kommen Esteröl-basierte Umformöle mit Hochleistungs- oder EP-Additivierungen zum Einsatz, die bei anspruchsvolleren Umformaufgaben eingesetzt werden. Im Bereich der einfacheren Umformung großflächiger Teile werden auch gerne verflüchtigende lösemittelhaltige Schmierstoffe eingesetzt. Die Verdunsten, wenn Teile weiterverarbeitet werden Als Alternative zu den lösemittelhaltigen Schmierstoffen gibt es Biopolymer-Schmierstoffe, die mineralölfreie Lösungen auf Basis von biogenen Polymeren sind. Diese werden mit einem Korrosionsschutz und einer wasserlöslichen Additivierung für die Anforderungen der Blechumformung ausgestattet. Bei diesen Schmierstoffen ist bei der Weiterverarbeitung, wie auch bei der verflüchtigenden Schmierstoffen auch kein Waschen der Teile mehr erforderlich. Da nach der Umformung nahezu nur noch der Korrosionsschutz auf dem Bauteil verbleibt, siehe auch Gleitmittel, Lager, Reibzahl, Schmierverfahren. Du bist ein paar Teile mehr auf dem Bauteil verbleibt, siehe auch Gleitmittel, Lager, Reibzahl, Schmierverfahren. Du bist ein paar Teile mehr auf dem Bauteil verbleibt, siehe auch Gleitmittel, Lager, Reibzahl, Schmierverfahren.